Wir sind gesegnet. Wie viele von euch kennen den himmlischen Frieden? Darf ich euch etwas Neues erzählen? Ihr kennt ihn noch nicht. Noch nicht. Es gibt viele Schlüssel, die dazu benutzt werden müssen. Die Erkenntnis des Weges des Friedens. Es ist wie ein Ingenieur, der eine riesige Brücke über ein Tal baut. Es gibt viele Gefahren dabei. Ein kleiner Fehler. Und hunderte, wenn nicht hunderte Menschen können sterben. Und hunderte oder tausende Menschen können sterben. Das gleiche gilt für den Bau von Flugzeugen. Wenn man ein Flugzeug betritt, dann fliegt man auf Wissen. Wir wissen, wie der Wind funktioniert. Und dieses Wissen kann man benutzen. Und die meisten Menschen kennen die göttlichen, himmlischen Wege des Friedens nicht. Des himmlischen Friedens nicht. Deswegen brauchen sie einen Teufel. Weil sie zu viel Angst haben. Zu viel Unruhe. Zu viel Unsicherheit. Und die Welt bombardiert uns damit. Du brauchst Versicherung, eine Lebensversicherung. Und ohne Versicherung darfst du nicht Auto fahren. Wenn du ein Haus kaufst oder verkaufst, brauchst du eine Versicherung dafür. Unser Leben ist nicht sicher. Aber wollte Gott, dass wir ein unsicheres Leben haben? Nein. Weiter. Hab keine Angst vor größerem Wissen. In dir gibt es eine gewisse Opposition, einen gewissen Widerstand dagegen, mehr zu wissen. Das ist die heidnische Wurzel in dir. Das sind diese heidnischen Gene. Wir haben Angst davor, dass wir uns nicht alles merken können und demzufolge dann auch nicht alles schaffen. Ach, das ist schon viel zu viel für mich. Das kann ich nicht mehr alles merken. Das ist heidnisch. Und ich sage heidnisch, lediglich im Vergleich zu Israel, zu den Juden. Die kleinen Kinder, die die Tora studieren, die haben einfach nicht genug davon. Die wollen mehr und mehr davon. Und je mehr du weißt, je besser du die Wege des Friedens studierst, umso sicherer wirst du. Meine Mutter ist durch einen Unfall gestorben, als sie 85 war. Und ihr ganzes Leben lang hat sie vor einem Angst gehabt. Und ich habe das gar nicht gewusst. Meine Schwester hat es mir erzählt. Und sie sagte, wenn ich einmal gehen muss, dann möchte ich nicht durch einen Unfall sterben. Und genau das ist passiert. In Johannes 3.25 Ja, natürlich hier ab 3.25 lesen wir Was ich fürchtete, kam über mich. Was ich fürchtete, hat mich befallen. Wir alle tragen in uns Gene von kriegerischen Menschen. Wir gehen auf einer Erde, die vollgesaugt ist, mit dem Blut unschuldig ermordet. Der Krieg ist schon in uns. Und warum haben wir dann Angst, mehr zu wissen? Warum vertrauen wir uns nicht selbst? Bevor meine Mutter starb, sie starb plötzlich, ohne jeden Schmerz, hat sie angefangen, selbst die Bibel zu studieren. Und als sie 80 war, hat sie angefangen. Bis 85 hat sie auswendig gelernt, das ganze Johannes-Evangelium, die Briefe von Johannes, die verschiedenen Kapitel aus dem Propheten Jesaja. von Kapitel 60 bis 66. Und das ganze Kapitel 53. Und sie hat alle Psalmen auswendig gelernt. Und bevor sie starb, war sie gerade beim Psalm 119 angelangt, dem längsten Psalm. Und sie hätte hier vier Stunden vor uns stehen können und aus dem Kopf die Bibel her sagen können. Und je mehr sie in ihren Kopf hineinbrachte, umso mehr wollte sie hineinbringen. Und sie hat ihre Freunde gelehrt, die genauso alt waren wie sie, wie man sich das alles merken kann. Als wir lebten zu jener Zeit in Florida. Und mein Büro war vorn am Haus dran. Und sie war da bei uns zu Besuch. Sie kam von oben runter, vom Obergeschoss und hat sich vor mich auf die Stufen gesetzt und hat mir die Worte aus dem Mund gezogen. Und wenn du anfängst, die Bibel selbst zu studieren, dann wirst du etwas entdecken, was die Theologie dir einfach an Falschum gegeben hat. Weil da steht was ganz anderes. Aber das passiert nur, wenn du es selbst machst. Es geht nicht darum, was jemand anders glaubt oder womit jemand anders dich indoktriniert hat. Ein paar Beispiele. Jesaja 43, I'm sorry. Jesaja 43. And let's say... Vers 10. 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 Kapitel 54. Ich bin Gott, der Herr, und neben mir gibt es keinen Gott. Und ich werde euch leiden, obwohl ihr mich bisher noch nicht gekannt habt. Ihr müsst euch diese Worte merken. Erst was Glauben. Jetzt ist es Kennen. Obwohl ihr mich nicht gekannt habt. Wer habe ich? Vers 5, 45, 5. Beside mir gibt es keinen Gott. Auf das man wisse, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, dass außer mir kein Gott ist. Ich bin der Herr, und es gibt keinen anderen. Und meine Mutter hat das gelesen, und sie hat dann bei Vers 7 weiter gelesen. Der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unglück schaffe. Ich, der Herr, tue das alles. Sie sagte, erzähl mir mehr darüber. Sie sagte, erzähl mir mehr darüber. Es gibt da nicht einen schlechten und einen guten Gott, sondern nur einen Gott. Und er ist kein süßer Opa-Gott, sondern er ist Gott. Und die Heiden hatten vor diesem Gott immer Angst. Sind wir bereit, verändert zu werden? Jemand sagt vielleicht, deine Theologie stimmt nicht. Aber es gibt nicht eine einzige Theologie, die korrekt ist. Nichts ist darin korrekt. Wir sitzen in einem Zug, und dieser Zug hält nicht an. Wir fahren in diesem Zug weiter und weiter und weiter. Und während wir an den Bäumen und an den Häusern vorbeifahren, ist all das nicht wirklich korrekt. All das geht vorbei. Was korrekt ist, ist, dass wir an dem Zug Gottes sitzen. Das ist das Einzige, was richtig ist. In der Schweiz haben wir über die Kraft des Guten geredet. Ihr solltet euch diese CDs kaufen. Sie sind da hinten am Tisch erhältlich. Ich möchte, dass ihr im fünften Buch Mose mit mir lest. Kapitel 1, Vers 39. Das sind verschiedene Schriftstellen. Und der Herr sagt heute, schaffe, schaffe, schaffe etwas. Wir müssen etwas schaffen, und wir sind Schöpfer, meine Freunde. Wir können es schaffen. Wir müssen etwas schaffen, weil wir Schöpfer sind. Die Genen, die Kultur, die Traditionen, die uns von unseren Vorfahren verbrechen. Unsere Gene, unsere Kultur, unsere Traditionen sind von unseren Vätern, von unseren Vorfahren geerbt. Und wenn du darin feststeckst, kannst du nicht in das Königreich kommen. Gott ist es völlig egal, ob du oder was du geerbt hast. Wenn es falsch ist, dann ist es falsch. Und wenn es dumm ist, dann ist es dumm. Du kannst die schönste Dummheit haben, sie bleibt dumm. Just like on Facebook, I said this, man. This is a jet, you know, jam-packed information. And Adventists and Jehovah Witnesses are busy with this. Ich habe das an Facebook bei einem Mann gesagt. Das ist eine völlig falsche Theologie oder ein völlig falsches Wissen. Und die Adventisten und alle möglichen sind damit beschäftigt. Die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Da geht es immer um die Zukunft, mit der sie uns das Fürchten lernen. Der Countdown für Armageddon, der Countdown für den Krieg im Himmel. Und ich fragte sie, was wollt ihr damit erreichen? Und ich habe sie verspottet und sagte, Brüder, was sollen wir jetzt tun damit? Ich habe das aus der Apostelgeschichte genommen, als Petrus dann sagte, auf die Frage, tut Buse? Und der Mann da sagte, oh, das ist eine gute Frage. Und hier ist die Information, es ist einfach Blödsinn. Und es sieht aus, als ob da eine ganze Armee von Jüngern ist, die diese eine spezielle Webseite auf unserer Facebook-Seite propagieren. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Webseite durchgelesen habe. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe genug davon. Denn die wollen nur meine kostbare Zeit verschwenden. Und ich habe gesagt, es ist einfach völliger Blödsinn. Ich habe gesagt, verschwendet nicht meine Zeit. Die Welt der Illusion ist, wenn du in den Traditionen deiner Vorfahren lebst, in der Vergangenheit. Oder in der Zukunft. Aber dein Leben ist impraktiv, impraktiv, impraktiv. Dann kannst du dein Leben nicht handhaben. Du weißt nicht, wie der Weg des Friedens ist, wie du ihnen dein Leben bringen kannst. Aber das werden wir heute lernen. Und morgen. Vers 39. Vers 39. Und eure Kinder, von denen ihr sagtet, dass sie zum Raub werden würden. Und eure Söhne, die bis heute noch kein Wissen über Gut und Böse haben. Sie sind klein. Kinder. Sie haben die Erkenntnis von Gut und Böse noch nicht. Erinnert euch das an etwas? Adam und Eve did not have the knowledge of good and evil. Adam und Eva, wo nur Gott das Wissen von Gut und Böse hatte. Adam und Eva waren nackte Babys, die einfach herumrannten. Für uns würde das vielleicht hübsch aussehen. Weil wir dieses Wissen haben. Aber sie wussten nicht, was sie mit sich selbst anstellen sollten. Aber in dem Augenblick, als sie vom Baum gegessen hatten, wurden ihre Augen aufgetan. Und sie sagten, ups. Ups. Denn auf einmal hatten sie ein Verlangen. Wer hat ihnen das gegeben? Der Teufel? Nein. Gott. Warum? Weil er in 1. Mose 1, Vers 27 sagte, bevölkert die Erde wieder oder weiter. Füllt die Erde. Wie sollen sie aber die Erde füllen, wenn sie nackt herumspringen und nicht wissen, wer sie sind? Im Wort Gottes ist alles beständig und es ist eine Logik dahinter. Und wer diese Logik annimmt, der findet mehr als diese Logik. Dann wird man den Weg des Friedens finden. Etwas, wie man die Situationen im Leben handhaben kann. Und es gibt viele Situationen im Leben. Viele Umstände. Und oft handhaben wir sie ohne den Weg des Friedens. Ich bin schuldig, schuldig wie die Hölle. Aber nicht mehr. Denn ich kenne den Weg des Friedens. Aber immer noch nicht ganz vollständig. Wir müssen das Teilen, weit mitteilen, weitergeben. Wir sind immer noch in dem Zug. Und wir werden nicht aussteigen, bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Also die kleinen Kinder haben noch nicht die Erkenntnis von Gut und Böse. Die kleinen Kinder haben es nicht. Wer lehrt sie? Mutter und Vater. Wer ist unsere Eltern? Nicht deine leiblichen Eltern, unser himmlischer Vater. Du musst etwas direkt von ihm empfangen, nicht nur von deinen irdischen Eltern. Denn es könnte sein, dass bei deinen Eltern alles etwas verdreht ist. Dass das Gute schlecht ist und das Schlechte gut ist. Das ist die Sprache, mit der heute geredet wird, dass die guten Dinge als schlecht bezeichnet werden. Du bist heiß oder kalt. Und in dieser ganzen Sprache ist ganz viel Dummheit. Aber Gott hat gesagt, ihr habt euren Kindern Furcht weitergegeben. Ihr kennt die Wege des Friedens nicht. Und mit dieser Furcht habt ihr eure Kinder infiziert. Obwohl die noch gar nicht wissen, was gut und böse ist. Und deswegen werdet ihr, die Eltern, nicht in das verheißene Land hineinkommen. Ihr werdet in der Wüste umherwandern, bis ihr sterbt. Aber eure Kinder werden das verheißene Land bekommen. Warum? Weil ich, Gott, sie lehren werde. Deswegen musste Mose 120 Jahre leben und Joshua auch. Damit sie die Kinder Israel lehren können. Die Wege des Friedens. Wenn du Furcht hast, hast du keinen Frieden. Wenn du voller Finsternis bist, hast du keinen Frieden. Und das ist das, was die Spione dem Volk angetan haben. Nur Joshua und Caleb hatten einen anderen Geist. Welchen Geist? Sie haben gesagt, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist ein Zitat aus Psalm 46. Seid still und wisst. Not, be loud, be fearful and know. Forget it, you will never know. Und es heißt nicht, seid laut, macht Krach und habt Angst und erkennt dann. So werdet ihr das nie erkennen. Weil du dann dich selbst beschuldigen musst, dass du nicht genug Glauben hast, aber dein Glauben wird nie ausreichen. Wie kann ich nur diesen magischen Glauben irgendwie herbekommen? Ich brauche diesen Harry Potter Glauben. Könnt ihr mir noch folgen? Der Glaube an sich ist nichts magisches. Denn hinter dem Glauben steht Wissen. Es gibt einen kleinen Glauben. Mit dem sind wir alle geboren. Ein kleines Kind glaubt jede Geschichte, die du ihm erzählst. Und für sie ist das wahr. Wenn du eine Zeitung liest, dass es irgendwo ein Erdbeben gab, glaubst du das. Das ist ein Bericht. Dass die Titanic gesunken ist, glauben wir. Obwohl wir gar nicht dort waren, also wir können es nicht mal wissen. Wir glauben es eigentlich. Wenn jemand seine ganze Familie mit einer Maschinenpistole umgebracht hat, hast du eine schlechte Nachricht. Das macht aber nicht dich schlecht. Dann liest du in der Zeitung von einem Feuerwehrmann, der in ein brennendes Gebäude hineinrennt und ein Baby vor dem Flammentod rettet. Er ist ein Held. Du hast jetzt das Wissen von etwas Gutem, aber das macht nicht dich gut. Du bist nicht dieser Feuerwehrmann und du bist auch kein Held. Du hast es einfach nur gelesen. Genauso wie du glaubst, dass die Titanic gesunken ist, obwohl du gar nicht auf diesem Schiff warst. Versteht ihr das? Das ist der kleine Glauben. Den kann man im Königreich Gottes nicht gebrauchen. Und dann gibt es den großen Glauben Gottes, den hatte dieser Zenturio, der Hauptmann. Und wie hat er den bekommen? Er hat es aus dem Wissen, aus dem Verstehen, hat er diesen Glauben bekommen. Er hat nicht viel von der Bibel oder dem Gott der Juden gewusst, denn da gab es noch keine Christen zu jener Zeit. Er wusste nicht viel, aber er hat ein Prinzip verstanden. Er wusste, dass er ein Mann in Autorität war und er wusste, dass Jesus ein Mann in Autorität war. Er sagte, wenn ich zu meinem Diener sage, mach das, dann macht der Diener das. Und ich habe dich angeschaut, Jesus, und immer wenn du etwas gesagt hast, was sein sollte, dann ist das so geworden. Deswegen brauchst du nur ein Wort zu sagen und dann wird mein Diener gesund sein. Was für ein wunderbarer Mann. Er hatte keine Angst. Er hatte keine Angst davor, etwas zu verstehen, etwas zu untersuchen. Und Jesus sagte, dein Glauben ist groß. Daher wissen wir, dass er einen großen Glauben hatte. Die kananitische Frau hatte auch einen großen Glauben. Sie wusste, dass Jesus der Gesalbte war. Und wir sollten niemals einen Gesalbten anrühren oder ihn verletzen, sondern wir sollten sehen, dass wir selbst gesalbt sind. Die Gesalbten sind dazu gesalbt, uns zu lehren, uns hineinzubringen, in das Königreich. Und manchmal sind sie auch dazu da, uns ein wenig auf die Zehen zu treten. Aber du kannst nicht sagen, ich stimme mit dir nicht überein, du musst irgendwie vom Teufel sein. Du hast eine falsche Theologie. Oh, das Internet ist voll davon. Und manchmal muss Gott solche Menschen einfach plötzlich von der Erde verschwinden lassen. Das ist aber seine Sache, das geht nur ihm etwas an. Diese kananitische Frau hat Jesus stundenlang nachgerufen. Hab Erbarmen, Hab Erbarmen. So lange, bis die Jünger anfingen, sich darüber zu ärgern. Jesus hat sich nicht geärgert. Warum? Er hat auf den Vater geschaut. Und der Vater hat nichts gemacht. Stundenlang. Versteht ihr? Denn Jesus hat gesagt, ich von mir aus kann nichts tun. Ich kann nur dann etwas tun, wenn der Vater etwas tut und nur das sagen, was der Vater sagt. Und schließlich am Ende sagt er zu ihr, ich bin nur dazu da, die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu finden. Das heißt, er hat da so einen kleinen Wettkampf entfacht. Du bist eine Kananiterin, du bist nicht aus Israel. Damit hat er sie geprüft. Und er sagte zu dieser Frau, es ist nicht gut, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Denn dieses Brot gehört meinen Kindern und nicht dir. Er prüft sie. Und die Frau sagt, okay, wenn du willst, kannst du mich eine Hündin nennen, aber selbst Hunde bekommen die Krümel, die von dem Tisch ihres Herrn herunterfallen. Wenn sie irgendwelchen Stolz noch gehabt hätte, hätte sie gesagt, was? Du nennst mich Hündin? Und sie wäre ungesegnet weggegangen. Aber sie hat festgehalten. Sie hat etwas verstanden. Und dann hatte sie Demut. Und dann hat sie das Volk Gottes erhöht, indem sie sie Meister genannt hat. Du kannst nicht an den Gott Israels glauben und die Israeliten wegwerfen. Wir lieben euren Gott, aber wir lieben nicht Abraham, Isaac und Jakobs. Das heißt, wir hassen die Juden. Wir lieben das Baby, aber wir lieben nicht die Mutter. Wie würde sich das anfühlen? Wie würde sich die Mutter da fühlen? Und so fühlt sich Gott, wenn er eine Menge Christen anschaut. Aber diese kanonische Frau war anders. Und deswegen sagte er, dein Glaube ist groß. Und ich denke, dass alle, die da waren, hat er ja, er hat die Kinder, seine Jünger haben applaudiert. Ein verlorenes Schaf aus dem Haus Israel ist gefunden. Und ihre Tochter war auf der Stelle frei. So einfach sind die Wege Gottes. Ihr seht also, es gibt viele verschiedene Wege, diesen großen Glauben zu schaffen, indem die Wunder passieren. Ein Wunder zu tun, ist keine große Sache. Es kann genau jetzt passieren. Jede unheilbare Krankheit kann gehen. Vor ein paar Wochen eine Prostituierte, eine Prostituierte, die ihre Babyschne sterben hatte, weil sie der umbilical cord um den Hals gewickelt hat. Da war eine Frau, eine Prostituierte, die war schwanger und ihr Kind war dabei zu sterben, weil sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt hatte. Mein Glauben basiert nicht darauf, dass irgendjemand ein Sünder ist. Gott geht es um dieses neue Leben. Der Arzt hat dieser Frau gesagt, das Baby wird sterben, es liegt falsch herum, es kann nicht atmen und wir müssen es herausschneiden. Das ist alles, was Ärzte können. kann dir ein Skalpell in den Bauch stecken. Natürlich, wenn du nicht genug Erkenntnis hast, dann ist das so. Manchmal ist es auch notwendig. Aber ich sage euch, wir müssen die Wege des Friedens erkennen. Bis dieser Strom des himmlischen Friedens zu unseren Bedürfnissen herunterkommt, denn genau dafür ist er da. Denkt ihr, dass diese schwangere Frau irgendwelchen Frieden hatte? Nein. Die Frauen können das sicher nachvollziehen. Also hat Baruch mich angerufen und er hat mir die Situation erklärt und ich sagte zu ihm, sagt der Frau, das Baby dreht sich jetzt in dem Augenblick, wenn ich mit dir rede. Nichts war da wie Abrakadabra oder im Namen von Jesus oder ich binde den Teufel. Da war keine Religion. Die Frau war eine Holländerin und sie konnte nur holländisch, kein Englisch und Baruch war so aufgeregt, dass er meine Worte aus dem Englischen ins Englische übersetzt hat und die Frau hat immer noch nichts verstanden. Aber selbst als sie nicht verstand, was er ihr sagte, hat sich das Baby in ihrem Bauch gedreht. Und jetzt waren wir in New York und sie war in Holland und ich war auf dem Telefon. Es war nur über das Telefon. How many miles is between 10,000? About 6,000 miles away. Just like with the Canaanite woman. Das sind 6,000 Kilometer oder Meilen Entfernung wie bei der Canaanite Frau. Eine gute Telefonverbindung hat nichts mit den Wellen oder dem Internet zu tun, sondern das ist der Mensch, der dazwischen steht. Und das war Baruch. Er war die Verbindung. Warum sollte er mich anrufen, wenn er nicht geglaubt hätte? Warum sollte er mich bitten, wenn er nie ein Wunder gesehen hätte? Er ist mein Zeuge und Emma ist meine Zeuge. Sie sind die Personen dazwischen. Sie sind die Verbindung. Auf der einen Seite ist der Gesalbte Gottes und auf der anderen Seite ist der, der eine Not hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Herrlichkeit haben will oder Stolz sein will. Ich wusste nur, dass er der Gott des Lebens ist und dass er definitiv nicht wollte, dass dieses Baby stirbt. Und ich wusste, dass ich meine Augen schließen musste und diese Frau nicht verdammen durfte. Denn Gott ging es um dieses Baby. Frauen bringen einen neuen Menschen hervor. Und diese neuen Menschen gehören nicht der Frau. Wie ist sie schwanger geworden? Das interessiert uns nicht. Gott geht es um das Leben. Denn Gott kann dieses Leben verändern entsprechend seiner Wege. Das haben wir gerade gelesen in 5. Mose 1, 39. Ihr habt die Kinder auf die Welt gebracht, aber ihr habt sie mit falschen Dingen, mit Furcht gefüllt. Ihr kennt die Wege des Friedens nicht und weil ihr unwissend oder ignorant seid, gebt ihr das Gleiche weiter. Und die Frau sagt, es dreht sich. Und ich sagte, geh zum Arzt. Und der Arzt sagte, was ist denn hier passiert? Das Baby ist normal, es hat sich selbst gedreht. Und sie hatte Zeit, sie hatte Zeit, sich auszuruhen und dann am 17. Dezember, glaube ich, hat sie ein normales, gesundes Kind zur Welt gebracht. Sie war irgendwie aus Lateinamerika. Und sie ist zurück in ihrem Land und erzählt allen davon. Sie hat eine Saat gepflanzt. Und wir werden auch dorthin gehen. In Eritrea, in Afrika, irgendwo war eine andere Frau, die hatte einen Gehirntumor. Sie war im Krankenhaus. Baruch hat mich angerufen. Und ich sagte, sagt diese Frau, ihr Tumor ist weg. Und er war weg. In Eritrea. On and on and on and on, like this. Und dann sagt sie, oh, es ist schwer für mich, das zu glauben. So ist das immer und immer wieder. Und dann sagen die Leute, oh, das ist aber schwer zu glauben. Seid keine Dummköpfe. Mit eurem Glauben schmeißt ihr Gott weg. Ihr müsst seine Wege kennen. Und nicht einfach blind glauben. Gott sitzt nicht im Himmel und spielt Flöder und hat kein Interesse an deinem Leben. Er hat Interesse an deinem Leben. Wohin durch bist du gegangen? Wir sollten nicht dumm sein. Stockköpfig. In 1. Chronik 22 1. Chronik 22 Ich werde das schnell lesen. 1. Chronik 22 Vers 9 und 10 Vers 9 und 10 22 Here Alright Now This is This is the word of the Lord. Das ist das Wort des Herrn 9 10 I'll read it first in English Behold a son shall be born to you who shall be a man of rest and I will give him rest from all his enemies on every side for his name shall be Solomon. Do you know what Solomon means? Siehe ein Sohn wird dir geboren werden er wird ein Mann der Ruhe sein denn ich will ihm Ruhe geben vor allen seinen Feinden ringsum her darum soll er Salomo heißen. Wisst ihr was Salomo bedeutet? Yeah Shlomo Shlomo im Hebräischen vom Schalom was für ein passendes Wort also wird er Schlomo heißen denn ich werde Israel Frieden und Ruhe geben sein ganzes Leben lang so means he will be the first peacemaker das heißt er wird der erste Friedensstifter sein having the name Shalom und hat den Namen Frieden Shalom and then he will build me the house und er wird mir mein Haus bauen David knew about the peace of God but Shlomo was going to execute the peace of God David David kannte den Frieden Gottes aber Salomo Schlomo sollte diesen Frieden herbeibringen er war der reichste Mann auf der Erde in Psalm 4 Vers 8 in Psalm 4 Vers 8 lesen wir wenn es euch nichts ausmacht macht es euch was aus don't resist knowledge this is the Bible less somebody would accuse me that this is secular humanism or something else no ihr solltet nicht dem Wissen widerstehen denn das ist einfach Bibelwissen damit nicht irgendjemand sagen kann das ist ja humanistisch this is David says in peace I will both lie down and sleep in Frieden werde ich mich niederlegen und schlafen sagt David for thou alone oh Lord dost dost make me to dwell in safety denn du allein Herr bist es der mich wohnen lässt wenn ich auch wenn ich allein bin werde ich trotzdem sicher wohnen say this word dwell in safety wohnen in Sicherheit yeah that's peace that's is Frieden that is the first key that is the first key you see to get that safety um diese Sicherheit zu bekommen and trust and confidence um dieses Vertrauen und die Zuversicht zu haben you must let go let go must du etwas gehen lassen let go of your own preconceived ideas must du deine eigenen vorgefertigten Ideen vergessen that's the first key that's the first key you must let go of your predisposed prearranged ideas must you must you about God that is only the first step that is only the first step that is only the first step das bedeutet, dass man seine Rechte an sich selbst verliert. So kann man den Frieden im Leben handhaben. Der Herr hat uns in diesem Bereich schon geholfen, denn wenn du ein Eigentum hast, ein Wohneigentum, ein Grundstück, dann gibt es einen Vertrag, dazu, einen rechtlichen Vertrag, denn wir sind zwar in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir haben ein Landstück und da war ein anderes Stück Land, was den Eingang darstellte und dafür müssen wir 1,25 Dollar im Jahr Steuern bezahlen. Oder ist es 5 Dollar? 2 Dollar, so etwas wie das. 2 Dollar. Und dieser Mann hat mich einmal angerufen und fragte mich, kann ich meine Schafe auf dieses Land stellen? Und ich habe gesagt zu ihm, natürlich kannst du deine Schafe dahin stellen, aber vielleicht wäre es einfacher, wenn du das einfach kaufen würdest, weil es kreuzt praktisch dein Land. Und er hat angefangen zu lachen, und ich bin ein Friedensstifter. Und was interessiert mich das? Ich habe gesagt, natürlich, du kannst es haben. Und in kürzester Zeit hat er einen Zaun da rumgebaut und hat nur dort seine Tiere weiden lassen. Und er ist ein reicher Mann, denn mein Freund hat mir gesagt, wie wohlhabend er ist. Mein Freund kennt jeden dort in der Gegend. Und er ist ja neugierig, deswegen weiß er aber, womit die Leute ihr Geld verdienen und wie viel sie verdienen. Und er sagt jedes Mal, wenn er da vorbeifährt, sagt er mir, schau mal, nur das eine Stück, das hat er eingezäunt und das sind seine Tiere und seine ganzen anderen Felder sind leer. Er kennt den Weg des Friedens nicht, aber ich kenne ihn. Weil wenn ich es zu jemandem anders verkaufen würde, dann würden die ein Problem mit ihm haben. Warum? Weil ich meine Rechte abgegeben habe. Ich muss nicht für meine Rechte kämpfen. Der dritte Schlüssel, ich bin ein Gast auf dieser Erde. Ich kam zu Besuch. Ich gehöre nicht auf diese Erde. Ich bin hier, um ein Segen für die Erde zu sein. Ich bin ein Friedensschafer, nicht ein Kämpfer. Und so können wir diese Schlüssel benutzen und die Welt mit Weisheit regieren. Du musst dich nicht immer selbst verteidigen. Und jemand sagt zu mir vielleicht, du bist ein Feigling, ein ganz schöner Feigling, du willst nicht mehr kämpfen. Du hast Angst vor mir. Nein, ich trete einfach meinen Rücken zu. Ich habe kein Problem damit, jemanden niederzuschlagen. Habe ich auch schon gemacht. Manchmal muss sogar ein Friedensstifter so etwas tun. Aber nur wenn jemand ein Kind angreift. Oder eine Frau. Oder jemanden anders, um den Gott sich kümmert. Und dieses Verhalten heißt im Hebräischen hesset. Dass du die Zerbrechlichen, die Kinder, die Frauen, die um die Gott sich kümmert, dass du die beschützt und den Angreifer niederschlägst. Dann fängt der Löwe von Judah an zu brüllen und du bekommst eine übernatürliche Kraft. Friedensstifter sind nicht dumm, sie sind weiser. Denn sie wissen, um mich selbst zu verteidigen, muss ich nicht kämpfen. Um meine Rechte zu verteidigen, muss ich auch nicht kämpfen. Wenn jemand mit mir kämpfen möchte, sage ich, habe ich kein Interesse dran. Und wenn jemand meint, dass ich ein Feigling bin, dann soll er das sagen. Ich habe keinen Stolz. Er kann mich angreifen, wie er will. Er kann versuchen, mich herauszufordern, aber ich kämpfe nicht mit Dummköpfen. Was würde ich sagen? Lord, have mercy on him. He is lost. Was würde ich sagen, stattdessen? Ich sage, Herr, habe Obama mit ihm erst verloren. Was hat Jesus gesagt? They do not know, what they do. Jesus sagte, sie wissen nicht, was sie tun. And then he says, forgive them, for they are fools. Und dann sagte er, vergib ihnen, denn sie sind dumm. They are blind. Sie sind blind. When Jesus gave permission to Satan to enter Judas, als Jesus dem Satan die Erlaubnis gab, in Judas hinein zu gehen, he says, whatever you have to do, do it fast. Da sagte er, was du tun musst, das mach schnell. Und Judas hat ganz schnell seine böse Tat vollbracht. Und als Satan ihn wieder verlassen hat, hat er die 30 Silberstücke in den Tempel geworfen und hat gesagt, ich habe unschuldiges Blut verraten und er hat Buße getan. Falls ihr da Fragen habt, und ich weiß, dass ihr da viele habt, werde ich nur eine schnelle Antwort euch geben. Jesus hat gesagt, von all denen, die du mir gegeben hast, habe ich nicht einen einzigen verloren, außer den Sohn des Verderbens. Was bedeutet das? Das ist derjenige, der eine, der dazu bestimmt war, zu zerstören. Das heißt nicht, dass der in der Hölle in alle Ewigkeit brennt, das heißt, er wird in einer unmessbar kleinen Zeit einfach verschwunden sein, weg sein. His soul will not exist, his body will not exist, there will never be any record of his being even. Da wird sein Körper verschwunden sein, seine Seele verschwunden sein, und es wird kein Andenken in irgendeiner Weise an ihn mehr geben. Wenn also in dem Denken Gottes das ohne jede Zeit ist, es keine Erinnerung mehr an irgendeinen Menschen gibt, dann hat dieser Mensch nie existiert. Und das ist die Liebe Gottes. Das ist sein Oberarmen. Deswegen sagt Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn das ewige Feuer kommt, das Feuer erst der Ewigkeit, dann wird es alles auslöschen. Deswegen sagte Jesus, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und deine Seele verlierst? Solomon war weiser. Er wusste, wie er politisch Frieden auf dieser Erde macht. Aber um diesen Frieden geht es uns eher nicht. Dieser politische Frieden ist ein Teil des himmlischen Friedens. Aber es sind Stufen. Man kann auch das haben, wenn du dazu berufen bist, König zu sein und jedes Jahr 666 Talente Gold bekommst. Ja. Living in Great Palace Last zu leben und dazu berufen bist, 1000 oder 600 Nebenfrauen zu haben. Ja. Taste every color and every race and every size. Von jeder Größe, von jeder Farbe, von jeder Nation etwas geschmeckt haben musst. Ja. Read a little bit further and you say, Vanity. Oh, this is vanity. Und wenn du ein klein wenig weiterliest, dann sagt Salomo, all das ist nichtig. Nichtigkeit. Salomo hat gesagt, ich habe meinem Körper nicht ein einziges Vergnügen versagt, was es in dieser Welt gibt. Nicht eins. Das heißt, er hat alles probiert. Alles, was da war. Ich muss das nicht selber probieren, weil er hat ja schon gesagt, dass das alles nichtig ist. Aus diesem Grund gibt es die Bibel. Deswegen haben wir gesalbte Menschen Gottes und den fünffältigen Dienst um uns den höchsten Weg des himmlischen Friedens zu lehren. Amen. Amen.